Versuchst du auch etwas zu verändern in deinem Leben, eine neue Gewohnheit zu etablieren oder eine Verhaltensweise von dir grundsätzlich zu verändern und du stellst fest, dass das schwierig ist, dass es nicht so klappt und dass du immer wieder in alte Muster zurückfällst? Weil wenn dem so ist, dann kann es sein, dass du einfach am falschen Hebel arbeitest und ich möchte dir mit diesem Video ein paar Impulse geben und dir helfen, dass du an den richtigen Dingen arbeitest, um wirklich was in deinem Leben zu verändern. Neue Gewohnheiten zu lernen und Dinge wirklich zu verändern, Verhaltensweisen zu ändern, ist nicht leicht, also zumindest nicht so leicht, dass es irgendwie jeder machen würde, weil ich meine, guck dich um, jeder würde den Körper haben, den er oder sie gerne hätte und den Job und das Business und den Kontostand und das Auto, was weiß ich, alles das oder würde sich die ganze Zeit so verhalten, wie sie das gerne würden und anscheinend ist es gar nicht so leicht, weil sonst würde es jeder machen und ich kenne das ja nur aus meinem eigenen Leben auch, dass ich immer wieder versuche, auch heute noch, Dinge zu verändern, Dinge anzupassen, Dinge zu, also wirklich grundlegend auch zu verändern, neue Verhaltensweisen zu etablieren oder Gewohnheiten so durchzuführen, dass ich konstant meine Ziele erreiche und trotzdem immer wieder falle ich zurück in alte Muster. Und trotzdem gibt es Bereiche, wo ich wachse und weiterkomme und es gibt Bereiche, wo ich immer wieder von vorne das Gefühl habe, zumindest von vorne anzufangen. Und für mich selber habe ich herausgefunden, dass ich jahrelang versucht habe, an den falschen Hebeln zu drücken, an den falschen Schrauben zu drehen, um neue Verhaltensweisen zu lernen, um neue Gewohnheiten zu etablieren und wahrscheinlich geht dir das genauso. Also zuerst, es ist völlig normal, dass es schwierig ist oder dass es sich schwierig anfühlt, dass es sich neu anfühlt, dass es herausfordernd ist. Stell dir das einfach vor, ich meine, du gehst ja wahrscheinlich auch manchmal raus, du läufst durch den Wald und da hast du ja diese Waldwege, diese wie so Trampelfade, die teilweise über Jahre und Jahrzehnte von Tausenden, von vielleicht sogar Millionen von Leuten eingetrampelt worden sind und dass der Boden so hart und so fest und so klar, dass da kaum was wachsen wird in den nächsten Monaten oder Jahren und weil da halt die ganze Zeit auch Leute durchlaufen. So und wenn du dir vorstellst, dass du jetzt einen neuen Weg in den Wald schlagen müsstest, komplett von vorne, müsstest du diesen Weg tausende Male gehen oder den mit Macheten oder mit Sägen oder sowas dir freisägen und so ähnlich ist es in deinem Nervensystem auch. Die Wege, die Verhaltensweisen, die Gewohnheiten, die Muster, die du jetzt seit Jahren, seit Jahrzehnten denkst und fühlst und gehst und die Resultate, die du damit erlebst, sind so eingebrannt und so festgetrampelt, dass jetzt sich einfach zu entscheiden mit so einem tollen Neujahresvorsatz, ich gehe jetzt einfach einen anderen Weg, ist gar nicht so leicht. Und deswegen die erste Sache, die ich dir mitgeben möchte in dem Video ist, sei wertschätzend zu dir selbst. Du glaubst gar nicht, mit wie viel Druck und wie wenig Wertschätzung ich manchmal mit mir umgehe, weil ich unzufrieden bin mit der Art und Weise, wie schnell ich mich entwickle, wo ich mich hin entwickle oder wenn ich in alte Verhaltensmuster zurückfalle, wie negativ und mit wie viel Druck ich damit mir selber rede. Und das ist ein Teil des Problems, weil je stärker wir Dinge bekämpfen, desto stärker werden sie. Und ich will dir wärmstens ans Herz legen, bitte lerne, den Prozess zu wertschätzen. Solange du nur jeden Tag ein, zwei, drei Schritte in die richtige Richtung gehst, solange du an dir arbeitest, bist du auf einem guten Weg. Vergleich dich nicht mit dem Stand anderer Leute, vergleich dich nicht mit dem hohen, super hohen Anspruch, den du an dich selber hast, sondern vergleich dich mit deiner Version von gestern. Und wenn du nur zwei Zentimeter, zwei Millimeter weitergekommen bist, bist du in einer guten Richtung unterwegs. Also weiß das wertzuschätzen. So, ein Grund, warum das aber jetzt so hart und so schwierig ist für dich, wirklich grundlegend was zu verändern, kann es sein, dass du einfach nur zu oberflächlich und nicht tiefgründig genug arbeitest, wenn du dir versuchst, eine neue Gewohnheit zum Beispiel anzutrainieren. Es gibt drei Stufen der Verhaltensänderung. Und die meisten Menschen bleiben auf der Stufe 1 oder Stufe 2, aber so richtig in die Tiefe gehen sie nicht. Und das habe ich auch jahrelang gemacht, in manchen Bereichen mache ich das immer noch. Und ich möchte dir heute helfen, dass du wirklich tiefgründig arbeitest, um wirklich Verhaltensänderungen und neue Gewohnheiten in deinem Leben etablieren zu können. Die erste und oberflächlichste Ebene ist die Ergebnisebene. Stell dir das vor wie so eine Zwiebel mit so verschiedenen Schalen und die äußerste Schale, die äußerste Ebene ist die Ergebnisebene. Das heißt, da konzentrierst du dich primär auf, was möchtest du erreichen. Beispiel Sport zum Beispiel, das ist ja meistens das, was so nach der Weihnachtszeit und das neue Jahr sich viele Leute vornehmen. Ich möchte so und so aussehen, ich möchte den und den Körper haben, ich möchte sportlich jetzt das neue Jahr anfangen. Und auf dieser ersten Ergebnisebene hast du ein klares Bild von, was du erreichen möchtest, wie du aussehen möchtest, wie dein Körper aussehen soll, wie viel Gewicht du haben möchtest, wie viel du abnehmen möchtest. Und das sind so klassische Neujahresvorsätze. Ich nehme, ich möchte 20 Kilo abnehmen oder so. Das ist ergebnisorientiert auf der Ergebnisebene. Und das kann ziemlich überfordernd sein. Denk wieder an dein Unterbewusstsein oder an dein Nervensystem, was jetzt so lange, so viele Jahre immer einen Weg gegangen ist. Und jetzt kommst du daher und sagst ja, ich hätte aber gerne ein komplett anderes Ergebnis. Und das Ergebnis ist teilweise so weit weg oder so unrealistisch für dein Unterbewusstsein, dass es schwierig ist, diesen Kurs zu halten, da wirklich hinzukommen. Außerdem ist der Weg ja noch gar nicht klar. Das heißt, es ist verständlich, dass wenn du dir sowas vornimmst, was ja ein total valides Ziel ist, dass es schwierig ist, das wirklich als neue Gewohnheit, als neues Lebens- oder Verhaltensmuster in deinem Leben, dass das sichtbar wird. Die Ebene unten drunter, die geht jetzt einen Schritt weiter, das ist die Prozessebene. Das heißt, wenn du die Ergebnisebene so ein bisschen wegentwickelst, dann hast du unten drunter die Prozessebene. Und das wäre jetzt so ein Vorsatz, wie ich nehme mir vor, jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu machen und keine Kohlenhydrate mehr zu essen, wenn wir jetzt beim Thema Sport bleiben. Das heißt, du kannst immer noch ein klares Ergebnis und ein klares Ziel, wo du hin möchtest, mit deiner Verhaltensweise, mit deiner Gewohnheit, kannst du vor Augen haben. Aber du konzentrierst dich mehr auf den Prozess, auf das, wie du da hinkommst, auf die Dinge, die du tagtäglich tun kannst. Und jetzt wird das für dein Unterbewusstsein plötzlich klarer, was du zu tun hast. Es wird realistischer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt dranbleibst und dieses Verhalten auch sich festigt in deinem Leben, ist deutlich höher. Aber immer noch nicht hundertprozentig leicht, weil du gegen etwas ganz Mächtiges in dir drin ankämpfst. Und das ist die dritte und die letzte, die tiefste Ebene. Das ist die Identitätsebene. Ich mag das Zitat, habe ich vor Jahren mal gelesen, wir werden uns langfristig immer demgemäß verhalten, was wir selber glauben zu sein. Wir werden uns langfristig immer demgemäß verhalten, was wir glauben zu sein. Das heißt, wenn deine Identität, wenn das, was du von dir selber hältst, was du glaubst zu sein, wenn das nicht der Sportler ist, mit dem und dem Körper, wenn das kein disziplinierter Charakter ist, wie will denn jetzt dein System plötzlich sich zwingen, jeden Tag Sport zu machen, jeden Tag die Dinge durchzuziehen und innerhalb von einem halben Jahr den Körper zu haben, den du vielleicht noch nie in deinem Leben hattest? In anderen Lebensbereichen ist es genauso. Ich meine, ich bin selbstständig, bei mir ist es im Bereich Business, Akquise machen, verkaufen. Immer wieder genau dieselbe Frage. Wenn ich mir ein neues Muster, neue Verhaltensweise antrainieren möchte, das aber sich widerspricht mit meinem Selbstverständnis, was ich glaube zu sein, dann ist das ein Krampf, sich das antrainieren zu müssen. Das heißt, du arbeitest vielleicht einfach nur am falschen Hebel. Du arbeitest entweder daran, dir Ziele und Ergebnisse anzutrainieren und dir das dann an die Wand zu kleben und das erreiche ich und dann bist du frustriert, wenn du es nicht erreichst. Oder du arbeitest daran, dass du dir einen Prozess planst und vornimmst, diesen Prozess durchzuziehen, was vielleicht in vielen Lebensbereichen schon gut geklappt hat, aber was anstrengend ist und was du stattdessen machen solltest oder zusätzlich in deinem Leben etablieren solltest, ist, arbeite am größten Hebel an deiner Identität, an deinem Selbstwertgefühl, an der Art und Weise, wie du mit dir selber redest und was du über dich selber denkst. Weil wenn du der festen Überzeugung bist, dass du diszipliniert und sportlich bist, dann wirst du Sport machen. Wenn ich glaube tief drin, dass ich ein Sportler bin, dann muss ich mich nicht mehr zwingen, Sport zu machen, weil Sport gehört einfach zu meinem normalen Leben dazu. Und wenn du jetzt gewisse Ziele hast, die du erreichen möchtest, arbeite an deinem Selbstverständnis, an deiner Identität. Und ich möchte jetzt im Abschluss des Videos drei Tipps oder drei Hilfestellungen mitgeben, die ich benutze, um an meiner Identität zu arbeiten und die ich als sehr effektiv und auch als sehr einfach empfinde. Das Erste ist, gewöhn dir an, ein Erfolgsjournal zu führen. Das hast du wahrscheinlich auch schon an mehreren Ecken gehört. Fang das an und zieh das durch. Ich benutze dafür mein Tagebuch. Von vorne, wenn ich das öffne, ist es mein normales Tagebuch, wo ich meine Gedanken und so weiter reinschreibe. Von hinten ist es mein Erfolgsjournal. Und da schreibe ich im besten Fall jeden Tag, jeden Abend ein, zwei, drei Erlebnisse rein, auf die ich stolz bin, die ich erreicht habe, die ich geschafft habe. Und was das macht, ist, dass ich mir bewusst mache, was ich alles schaffen und erreichen kann. Das heißt, es hilft mir vom Selbstbewusstsein, vom Selbstwertgefühl her zu wachsen. Allein, dass ich mir das bewusst mache. Und wenn ich dann Selbstzweifel habe, die immer wieder hochkommen, oder wenn ich Gedanken habe, ich weiß nicht, ob ich das und das schaffen kann, und ich dann zurückgehe in das Erfolgsjournal und mir die einen oder anderen Kommentare da durchlese, kann ich mich selber, mein Unterbewusstsein überzeugen, dass ich es ja doch schaffen kann. Also ein Erfolgsjournal. Und auch das, fang das an und mach das zu einer Gewohnheit, dass du jeden Tag aufschreibst, was du erreicht hast, worauf du stolz sein kannst. Das nächste sind die Ich-Bin-Statements. Die Ich-Bin-Statements ist für mich einer der wertvollsten oder powerfullsten Tools. Die habe ich mal zwei Jahre am Stück gemacht, als ich angefangen habe, mich tiefer mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und habe gemerkt, wie das über die Wochen und über die Monate einen ganz, ganz tiefen Impact, eine ganz tiefe Auswirkung in meinem Leben gehabt hat, gerade wenn es um Selbstbewusstsein geht und um mein Selbstwertgefühl. Mittlerweile mache ich das auch wieder, weil es eben so powerful ist. Und das mache ich ganz normal in meinem Tagebuch. Jeden Morgen schreibe ich mir mindestens zehn Ich-Bin-Statements rein. Das heißt, ich bin und dann irgendein positives Attribut, wie ich mich fühlen möchte, wie ich sein möchte. Ich bin wertvoll, ich bin einzigartig, ich bin geliebt. Ich bin geliebt, auch wenn ich traurig bin. Ich bin in der Lage, alles zu schaffen, was ich will und so weiter. Und ich habe erlebt, wie im Laufe der Zeit ich wirklich angefangen habe, das zu glauben. Dass, wie manche jetzt auch von dem, was ich da geschrieben habe, wahr geworden ist in meinem Leben, wo ich vorher manchmal das Gefühl hatte, boah, ich schreibe das jetzt auf, aber ich glaube es nicht so richtig. Aber im Laufe der Zeit ist es durchgesickert und hat mich, ja, hat mich wirklich verändert zu jemandem, der immer selbstbewusster und auch viel positivere Selbstgespräche geführt hat. Erwarte nicht, dass das innerhalb von ein, zwei, drei Tagen dein Leben verändert, sondern fang das an und bleib dabei. Mach das über Wochen, über Monate, über Jahre. Und wenn du das Gefühl hast, vielleicht hast du das ja schon relativ schnell, dass bei dir sich was tut, dass du selbstbewusster wirst, dass du höher von dir selber denkst als davor, dann bleib dran. Und last but not least, erarbeite dir eine klare Vision und verbringe mehr Zeit mit deiner Vision. Joe Dispenza sagt so treffend, du wirst entweder von deiner Vision, du wirst entweder von deiner Vergangenheit gelenkt oder von deiner Vision der Zukunft. Diese beiden Modi gibt es. Und das heißt, entweder, wenn du so in deinen Tag reingehst, du willst neue Gewohnheiten etablieren, du möchtest sportlicher sein, du möchtest mehr Geld verdienen, was auch immer, dann kommt diese Stimme oder diese alten Muster, diese Gewohnheiten, die du jetzt über 10, 20, 30 Jahre etabliert hast, die dich wieder versuchen, auf den Weg zu bringen, den du immer schon gegangen bist. Das wird dich lenken und bestimmen. Aber wenn du jetzt eine klare Vision daraus arbeitest, das heißt, du setzt dich hin und überlegst dir wirklich ganz genau, wie soll das Leben sein, was du dir im idealsten Falle vorstellst? Wie willst du aussehen? Wie willst du dich verhalten? Wie und wo willst du wohnen? Und machst das für dich ganz, ganz bildlich mit einem Artikel, den du selber schreibst, den du dir regelmäßig durchliest. Du packst Bilder da rein, mit so einem Visionsboard zum Beispiel kannst du arbeiten und verbringst dann jeden Tag immer mehr Zeit mit dieser Vision. Wird diese Vision dir helfen, anders von dir selber zu denken? Dir helfen, klare Entscheidungen zu treffen, um diesem Bigger Picture näher zu kommen? Und jetzt stell dir einfach mal vor, diese drei Sachen, diese drei Tipps machst du tagtäglich. Du führst ein Erfolgsjournal, das heißt, deine positiven Erlebnisse, deine Erfolge werden dir klarer. Du schreibst jeden Tag Ich-bin-Statements, das heißt, du glaubst mehr, dass du das wirklich bist, was du da schreibst. Und du lässt dich lenken von der Vision und von dem, wie du dir die Zukunft wünschst, was das für eine Auswirkung haben kann auf dein Selbstbild. Und wenn du jetzt ein stabileres Selbstwertgefühl, ein stabileres Selbstbewusstsein hast, wenn du jetzt besser gut von dir selber denkst und auf diesem Nährboden kannst du jetzt richtig schön neue Gewohnheiten pflanzen, neue Verhaltensweisen lernen, weil diese neuen Verhaltensweisen in dieselbe Richtung gehen wie dein Selbstbild. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein paar Schritte weitergeholfen. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Wenn du Fragen hast dazu oder mal persönlich sprechen möchtest, schreib es gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank.